Richard Albert Eichberg war ein deutscher Regisseur, Schauspieler und Filmproduzent. Leben und Wirken Eichberg war der Sohn eines Deutschen und einer Schwedin. Nach Abschluss des Gymnasiums debütierte er 1906 als Theaterschauspieler am Stadttheater Schaffhausen und stand im Jahr darauf erstmals vor der Kamera in sogenannten Tonbildern. Gastauftritte führten ihn nach Aachen, Posen und Köln, dann spielte er 1907 bis 1909 in Berlin am Residenztheater und am Berliner Theater. In den Jahren 1909 bis 1912 ging Eichberg auf große Theatertournee durch Südamerika und bereiste sämtliche Großstädte Argentiniens, Brasiliens, Chiles und Uruguay sowie alle deutschsprachigen Sprachinseln dieser Länder. Zurück in Deutschland, kehrte Eichberg in Berlin vor die Kamera zurück. Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs wechselte Eichberg zur Filmregie. Anfänglich inszenierte er zumeist in eigener Produktion vorwiegend Dramen und reißerische Kriminalfilme, die oftmals an exotischen Orten spielten. Unter seiner Regie erlangten Seriendarstellerinnen wie Ellen Richter und Leontine Kühnberg Bekanntheit, ab 1919 war Eichbergs Ehefrau Leigh Perry für einige Zeit der Star seiner Filme. 1925 inzwischen von Perry geschieden, brachte Eichberg die Schauspielnovizin Lilian Harvey und ihre Kollegin Dina Grala in dem Film Leidenschaft groß heraus. Harvey hatte bereits im Vorjahr in Eichbergs die Motorbraut als Double Leigh Perrys erstmals unter Eichbergs Regie gearbeitet. 1925 erwarb er vom Schachspieler Emanuel Lasker in Tyro südlich von Berlin ein Haus und ließ es umbauen. Es steht seit 2002 als Eichberghaus unter Denkmalschutz. 1926 brachte Richard Eichberg Harvey und Willi Fritsch in dem Lustspiel Die Keusche Susanne erstmals zusammen und etablierte damit das populärste Filmliebespar Deutschlands bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. In der Endphase der Stummfilmzeit spezialisierte sich Eichberg auf leichtgewichtige und frivole Komödien. Von 1928 bis 1931 drehte er überwiegend in britischen Studios. In den Jahren 1933 bis 1938 war Eichberg zunächst in Österreich tätig, wo er im Mai 1936 über einen Prinzeugen-Filmstoff verhandelte, kurz zuvor auch in Frankreich und zuletzt auch in Indien. Dort entstanden seit seiner Abreise aus Berlin im Januar 1937 seine größten Tonfilmerfolge, die ambitionierten Neuverfilmungen eines alten Stummfilmstoffes von Joe May, Der Tiger von Eschnapur und das indische Grabmal. Der Zweiteiler wurde 1938 ein sensationeller Publikumserfolg. Wenige Monate später erwies sogar Hans Albers in Wasser für Carnitoga dem Kassenhit auf seine ganz persönliche Weise eine persiflirende Reverenz mit der Textzeile, Ich bin der Maharaja von Whiskypur. Angesichts der Zensur durch die Reichsfilmkammer unter der Kontrolle von Josef Goebbels reiste Eichberg im April 1938 erstmals in die USA. Hier versuchte er, seinen Indien-Zweiteiler zu vermarkten, mit wenig Erfolg. Zurück in Deutschland wurde der staatliche Druck immer massiver. Es wird berichtet, dass man Eichberg im Frühjahr 1939 vor die Alternative gestellt habe, entweder seinen Schweizer Willenbesitz zu verkaufen und die Devisen ins Reich zu bringen oder in Deutschland nicht mehr inszenieren zu dürfen. Daraufhin übersiedelte Eichberg im Oktober 1939 erneut in die USA, wo er in New York an verschiedenen Bühnen eingesetzt wurde, so beispielsweise im Sommer 1942 bei der Broadway-Inszenierung von The New Moon. Beim amerikanischen Film fand der im Mai 1944 naturalisierte Eichberg hingegen keine Beschäftigung. Im Januar 1949 kehrte Richard Eichberg nach Deutschland zurück und ließ sich in München nieder. Mitte 1949 versuchte er mit dem U.A., vor Ort in Marokko gedrehten Gesellschafts- und Abenteuerstoff die Reise nach Marrakesch an seinen Indien-Filmerfolg von 1938 anzuschließen. Der Film war ein gewaltiger Flop und beendete Eichbergs Regie-Karriere. Eine im Anschluss daran geplante Verfilmung eines Don Juan-Stoffes kam nicht mehr zustande. Eichbergs letztes ausgeführtes Filmprojekt, Skandal in der Botschaft, wurde 1950 von Erik Ode inszeniert. Zum Zeitpunkt seines Todes befand sich Richard Eichberg bei der Vorbereitung zu einem neuen Filmstoff. Seine Grabstätte befindet sich auf dem Waldfriedhof in München, alter Teil. Untertitelung des ZDF, 2020